Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Traxxas TRX4 Land Rover Defender D110 Camel Trophy. Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal. Willkommen auf dem Modellbaukanal. Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal. Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal. Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal. Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit 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 dem Modellbaukanal. Willkommen auf dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal und viel Spaß mit dem Modellbaukanal. Hi, ich bin's kurz. Ich wollte einfach mal hören, was ihr so am Scale-Trial-Gelände bevorzugt. Eher so das Matschige oder im Wasser Durchfahrten oder im gerollt oder steinigen Parcours, sag ich mal. Schreibt es einfach bitte in die Kommentare. Danke! Schreibt es einfach mal. Schreibt es einfach mal. Schreibt es einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, am Ende angekommen bleibt mir nur noch eins. Vielen Dank an MaxiRC zu sagen. Und es war eine tolle Ausfahrt mit seinem Land Rover Defender D110 Camel Trophy. Und es war eine tolle Ausfahrt mit seinem Land Rover Defender D110 Camel Trophy.